... ... ... ... Davon bin ich vollkommen überzeugt, das finde ich sehr gut. Es ist respektvoller den anderen, den Nichtrauchern gegenüber. Als Raucher finde ich okay. Ganz super, endlich stinkt man nicht mehr, wenn man aus einer Gastronomie kommt. Ich bin Asthmatiker bzw. Bronchial-Asthmatiker. Mir kommt es entgegen, obwohl ich selber ein starker Raucher war. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. ... ... ... ... ...